ich hätte jetzt mal einmal auf den gedrückt ja einmal reichen ja dann wieder war es diesen kasten jetzt will ich nicht so gut nein da sind der forse roll vorliegen der strafe mieten beta 2.0 21 steht hat man halt bekommen wenn man die beta damals noch gespielt hat doch könnte 20 sein was feind rein oder du arschloch du blödes wo beschwerst du dich er hat mich getötet du hast mich erschossen du kannst was dafür erst mal dein team wird erschießen und dann sagt nein da habe ich um zu bringen geholt ich wollte genau das er glück gehabt er hat glück gehabt dass er mich erschossen hat ich wollte mal einfach behindert ja das teamkiller ist also nicht nur scheiß das teamkiller das team das teamkiller team habe ich eigentlich mal wenn ich mit dem team bin frage jetzt hast du einen ersatz für mich und er macht das eigentlich ganz gut der macht das zumindest richtig aber wer war das denn wieder alter diese kisten kacken denn etwas hier wartet hat diese kisten gott zurück hier nein du wixer junge diesen ekligen ja frag mal wer es war frag mal deinen teamkollegen ich war es nicht vanessa was ich hatte kein eis also einer von euch muss es gewesen sein ich nicht ich hatte kein eis ich meine vanessa wäre es auch gewesen und der schwarze rutscht wieder zurück ne doch nicht ne doch sehr gut gemacht alter was ist das für eine runde hier die ist ätzend die geht schon so lang dass es gleich einen def startet von vor vor ich jetzt überspringt dinge Jetzt aber kriegt Curry oder was. Oh Gott, diese Rolle, die streckt sich gerade schon wieder. Ja, mich auch. So ist hier Peter, aber ich muss mal nach vorne. Jo, mach das, hau ab. Nein! Sorry, äh, zippt. Ah, jetzt kommt, zippt hier nach vorne, also das gibt's ja mal gar nicht. Nein, 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 ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Ich bin gerade mit dem Scheißloch reingefallen. Was ist Curry? Okay, ich warte, die man dann ist. Ah, Junge! Da haben sie jetzt Glück gehabt. Scheiß Team, den muss man gewinnen lassen. Ja, ich habe eine mit der Küste getroffen. Voll auf dem Gesicht gekackt. Ich weiß nicht, warum Spider-Man cool ist. Weil er nicht mit dem Kopf gegen Wände springt, so wie ich gerade? Ne, das äh, Kristen-Jungeln, also das äh, Wände-Jungeln ist cool. Wow, da ist er gegen die Wand geknallt und weggeflogen. Ja, fandst du doch cool, hast du doch gesagt. Alter, ist das so ein Arsch? So ein kleiner Wichser ist das, ne, das ist so dreckig. So klein, mein Gott, ich bin 1,82. Sag ich doch klein. Wenn ich wichse, dann aber groß. Wow. Nein, ich hab auf die Katze geguckt, fick dich! Stierp, danke. Wir haben keine Ahnung, wo ich da lang gelaufen bin. Ja, ganz unten. Wenn die Kamera aber auf mich fokussiert war, konnte ich dich jetzt ganz einfach töten. Ich verlangsame die. Und dich? Entschuldigung. Ach, hab's ein Bild, hab's doch so gewinnt, das ist ja nur noch einfach. Loll. Da hat Frank alle drei eingefroren. Ne andere Wahl hatte ich jetzt nicht. Wieder da oben, Alter, weil er nicht runterfällt. Ja. Fuck. So, Frank weiß, wie man ausweicht. Das war doch gerade versehen, oder? Nein. Nein. Das sagt er ins extra. Was er nicht dazu geben würde. Nein, ich bin hängen geblieben. Oh Gott, Vanessa. Nein, Vanessa, es liegt an dir. Es war schon klar. Hol dir diese schäppige Katze, diese dreckige Katze. Guck mal, Vanessa, da liegt ein Schokokeks. Ah, die lacht sogar. Und stirbt. Ja, ne. Ja, aber das Gefühl mit diesem Team, da kriegst du definitiv auch so mehr Punkte. Äh, die Runden gehen halt schneller, ne. Weil, wenn zwei Leute aus dem selben Team überleben, kriegen die direkt zwei Punkte. Da lang. Ciao. Ja. Ja, auf den Bank gucke ich immer auf den Roten. vanessa ziehen ab ist ein scheiß team jetzt hast du ja zumindest die wand zerstört go vanessa go oh mein gott der wird gleich nervös dann krieg ich das nicht hin nicht springen der typ der es ist verreckt glaubt er nur anwaltungen geben zu gucken guck mal auf die falschen figuren das ist mein problem wer war das denn wieder wenn man dann fragt also scheiß team war es besser hier bleibt tp muss fordert überleid ich will auch ein alter hat mir auch gedanken es hat nur fragen allein ich bin hängen geblieben ja bin ich nur ein spiel ja seit einer bekanntschaft will bleiben ständig hängen in irgendwelchen dingen ich hatte das team aber wie gesagt er macht es wenigstens richtig weil sie du schießt ja meistens auf mich aber tötet mich ja dann nicht einmal er wird ja nicht zu retten holen wir also cpc zumindest durch was in den kopf gesetzt hat ja ja schade du kriegst du holst du holst du holst du holst du holst du holst du ich glaube du bist an den laser dauten gekommen habe ich auch gedacht ich bin jetzt gerade das komplett aufgetaute ich bleib immer wieder an dieser ecke da unten ich muss sogar gegen beide nur noch einen und den kannst du kannst du kannst wieder einfrieren nein kann ich nicht wie ist das wow oh sorry komm hier hin alter wenn mich schubst der stirbt das habe ich auch schon so gemacht wenn mich schubst der stirbt schicken hirn wir bleiben wir bleiben so hier wollen nicht ins schieße team okay ihr gebrannt wir bleiben so wir wollen nicht ins schieße team ja hab ich grad freigeschaltet aber warte mal ich hole mir mal irgendwas zu trinken dauert eben moment das nächste mal abbrechen drücken kann ich denn irgendwo mein level eigentlich sehen damit du weißt wann du den bekommst nehmen obwohl das ja sowieso grad relativ komisch ist ich glaube bei mir steht level bei mir steht glaube ich level sechs oder sieben jahren so was okay ist auch gerade was ich möchte hier hätte gerne vergnügungspark hast das auch geguckt hast du es auch geguckt ja also sie mit dem freizeitpark mal alle bitte schritten ich habe alle drei dinge geguckt ich war da so die folge ist nicht einmal aus drogens sicht und einmal aus dingen sicht dabei weil ich bin mit dem ok also langsam hatte ich ganz geklappt aber das klappt schnell ist in frankrad fast for you ja nicht wirklich bin genau neben dir aber auch hat er aber sie bitte ich habe die tür genau vor die fresse bekommen da ist ja auch ein scheiß team wer braucht das tp wenn wir bei diesen moba was wir auf das gespielt haben die gilde aufmachen dann nennen wir uns scheiß team nein du wichser junge richtiges item zu richtiger zeitpunkt mario kam 8 das ist die wand tschau wow er hat ein loch in die wand gesprengt ich glaube du kannst jetzt aus am app fallen ich habe gedacht ich hätte beide gekillt man es hat sich ja selbst mit gekillt sie hat ja auch der explosion gezündet ich wollte es nicht ne ne ist nicht schlimm die haben gewonnen es ist in ordnung ach dass sie doch die loch da ist die loch da ist die loch renn 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 guck mal mit ich habe da gerade ein grab geschaufelt scheiße jetzt hast du langsam freigemacht die bad über du fangst ja nicht mehr so billig wie du bringt ich bringe in die grab doch richtig an dieses loch nein ich bringe ich nicht in die grab ich glaube er bringt mich gerade in die grab ja ich bin er ist ja nicht passiert das egal war trotzdem geil wo sind wir in die grab da wo ich vorhin die vor die luft gesprengt wurde nix da die rakette kann ich gleich mal vergessen ich glaube jetzt noch mal wieder an den ecken hier hängen auch so geht doch hi vanessa hi lauf speed oder faulig mit der schaufel das will ich zum lachen bringen warum lustig ich wollte nie aus der map von nein aber die scheißdinger die kisten die kommen immer wieder verdammter hack als er ist die kiste im weg was was spaß nein dieser spaß das war mach was rein wo bist du tot warum welcher dieser spaßten hat dich getötet ich glaube es war schuld aber ich weiß nicht mehr warum jetzt will ich gestorben weil du halt bist egal ich weiß ich auch gleich ist die schlimm ich mache sie ein guter amerikaner ich wollte gerade noch die rakete abfeuern hat er ein glück wir sollten mal wieder gucken auf simulator spielen da gewinnt mehr wir brauchen teller hier drin ja ich habe noch eine neue map also ich mag die map eine raus ja nicht schlimm kommst du da rein warte ich nochmal ein danke verbindung mit cp verloren stets auch cp ich habe ein neues aroma geholt zwei stück einmal lemon wie heißt es überhaupt lemon cool das hat ja schon einen richtigen namen und einmal mal vanille tahiti und einmal scheiß team hole ich nächste mal für dich warum lacht der jetzt er hat meinen charakter gesehen ja echt nein nein curry aus einmal a drücken bitte nochmal ich komme irgendwie nicht mehr zeitgleich mit euch in die map auswahl so ach du scheiße PewDiePie on his way äh Vanessa alles ok ähm 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 der hat gerade nicht reagiert ganz ober PewDiePie holt den Wind ach Gott wie Sprenge alter oh scheiße du kannst dich ja gar nicht mehr konzentrieren guck mal wie Sprenge haaa haaa oh ich bin in die falsche Rücke haaa 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 ist sich ausgeheilt kommen holen dir der kann nix ja der kann nix der tut immer nur so als ob wenn er gewinnt dann hat er auch nur so getan da macht ihr da macht ihr alles nach nein das ist man ist das ecke wieder was jetzt 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 ja es hat mich klar da hat so diesen auftrieb da du hast nicht mich getroffen jetzt sehe ich mir bei sich so auf dem bett bleib bitte gleich mal am start stehen ja ich will mal den town von ihm sehen genau alle stehen bleibt alle stehen bleiben wasser trinken ja ist aber einfach auswählen bitte ich will nochmal freizeitpark ich will jetzt echt mal den town von ihm sehen wenn das der sprung dicks ist welche taste war das rb rb gedrückt halten rb das ist schultertaste oben rechte seite klar ja sie peter blähungen ich dachte ja auch hier einfach ab oder so ja doch jetzt dass sie doch bewegt springst du machst den haken du guckst das ist bescheuert warum geht das jetzt nicht ich gehe mal kurz raus jetzt ist das spiel abgestürzt auch gut ok let's go so mal ich habe sie piz liegen sehen das reicht hat mein arzt entgegen geschreckt damit meine ich nicht schultern es ist doch da normal es ist normal dass ich immer mit kopf gegen kisten rennen ja nein du schlampen wie du ich bin eh tot ey schwuggele hat gewonnen ey schwuggele muss ich jetzt die ganze zeit allein hier spielen da bist du dann erst mal wieder kommt aber ich glaube die runde ja popo klatscher die curry ist vor mir oh ja oh scheiße alter dieser sprung vom curry der ist so schön der ist so mega ätzend aber netzern ist wieder da aber noch in kein team also ihr seid nachher noch getrennt ich will nicht von dir getrennt sein ich hab das eigentlich eben ausgewählt was wir intim sind also oben seid ihr zumindest grad getrennt keine ahnung ob ihr vielleicht gleich wenn du mit trennen darf in deinem team seid ok ich geh mal da durch oh gott alter meint warum zündet er die bombe bei mir nicht wo geht das ja wichser habe ich auch gemacht ich hasse diese ecke so sehr sagte auch noch schaust du mir weiß so ein affenkind der ist so nach was passiert gerade bei euch ich sehe nur einen blonden strich in der optik ja ich auch ich sehe gerade nur wie frank rumspackt ja ich auch frank spackt bei mir unten rum vanessa ist tot und zippit glaube ich auch ich habe ein ganz normales bladebild warte aber irgendwie passiert nichts mehr ich kann frank gar nicht töten ich habe mich ja halt auch nicht selbst wenn die kamera auf mich fokussiert bei mir kommt ab und zu mal so ein seil hier durch ja bei mir auch aufnahme gespeichert wow gewinnt man halt auch wieder leicht jetzt stehen wir hier oben und da passiert nichts wir haben gerade gewonnen aber da bin ich wieder im menü ja 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 ja